Logbuch Eintrag Tag Was ist das Warum Sind die Sirenen an Was zur Helle Hallo Lebt noch jemand Toasty du lebst Warte mal Was ist jetzt hier wirklich lo- Was denn Also Meine lieben Agenten Hier vorne sind zwei Geschenke für euch Erstmal rüsselt ihr euch aus Danach können die Kämpfe beginnen Wer bist du was für Kämpfe Ein Planetarisches Willkommen Zurück zu einem neuen Video Hier auf diesem Kanal Und heute Leute lustiger Toll Heute Leute sind wir zurück in der Welt Von Minecraft Shield Ach Leute In der letzten Folge Wurde einfach Unsere Lieblingssendung Wie wir sie lieben Und kennen Gehackt Ähm Ich weiß auch nicht wieso Und auf einmal wurden Wir danach angegriffen Von Irgendwelchen Banditen Die davor auch die Polizeistation Angegriffen hatten Und Leute Ich weiß auch nicht Was ich davon alles Immer halten soll Das ist Warum Immer Ich verstehe nicht Warum sowas Irgendwie immer Uns passiert Und sonst irgendwie Niemand Kannst Oh nein Was zur Kuchen Kurentyp Was genau Wählst du denn Von mir Hallo Kuchen Kuchentyp Warte Kuchen Wohin Ja Ich komme Ich komme Was willst du denn Von mir Kuchen Okay hier drüber Sind wir schneller Kuchentyp Was Was willst du denn Und wieso fängt es Auf einmal an So zu lenken Was ist Was zur Kuchentyp Was ist hier los Kuche Kuchentyp Was zur Oh mein Gott Ist Legt total Kuchentyp Kuchen Nein Nein Bitte fall da nicht rein Was Was hat die Das war Ist doch locker Das Werk der Alien Königin Oder Kuchentyp Bitte Was Was machst du Bitte pass auf Dass du da nicht rein Fällst Okay Nein Was Sprich Er ist gerade nicht Ernsthaft reingesprungen Oder Oh mein Was zur Leute Seht ihr das Hier ist ein Ein riesiger Krater Und dieses Komische Portal Wie zur Hölle Ist hier So ein Komisches Portal Hingesprungen Hä Hä Was ist der Plan Okay Leute Sollen wir da rein Was ist der Plan Der Alien Königin Und Wisst ihr Kaum habe ich mein Team Gerade nicht mehr zur Stelle Dann taucht hier irgendein riesiges Portal auf Vermutlich von der Alien Königin Und die Stadt ist halb zerstört Super Ich weiß nicht Soll ich da reingehen Und Was ist das Na Hier war der Typ Hier war doch Günther oder wie er hieß Hier war deren Filmstudio Der kam frei weil hier alles aufgesprengt worden ist Oh nein Sag bloß der ist auch ins Portal gehüpft Ich hoffe dass er nicht im Portal drin ist Oh nein Dann Okay Ich habe irgendwie die Befürchtung Dass Günther jetzt Dieser Komische Typ der die ganze Zeit Ich sag mal Gemobbt worden ist Und Der Kuchentyp Jetzt in dem Portal Sind Und Dann wahrscheinlich auch noch die Alien Königin Wobei mich gerne mal interessieren würde Wie So hier dieses Portal Aufgetaucht ist Und Hä Ich verstehe es nicht Aber Ich glaube Wir sollten da auch rein Ich habe hier meine Waffen Okay Ich will etwas ausprobieren Was passiert wenn ich eine Granate reinwerfe Es tut mir leid dass das so ein bisschen leckt Okay wir können ja nur ein bisschen diese Seuche davon wegspringen Okay Was ist das hier überhaupt Ich brauche mal hier was ab Primal White Stone Was zu Okay Ich nehme mal ein So einen Stein mit Ich habe einen Plan Ich habe einen Plan Leute Passt auf Ich erkläre ihn euch Und zwar werden wir jetzt gleich dem Kuchentypen auf jeden Fall in das Portal folgen Vorher werde ich diesen Primal White Stone aber noch Leonhard Hitz in eine Truhe tun Ja cool Verpackte Türen So Leonhard Hitz Auftrag Also als allererstes Du übernimmst jetzt erstmal fürs erste das Kommando hier Und analysier diesen Primal White Stone Dort hinten ist ein Portal mitten in der Stadt Wirklich in der Stadtmitte aufgetaucht Das analysieren Und ich versuche zurück zu kommen Äh Bananen Bananen Du Wo ist Bananen du da hin Ich wollte gerade Schiss sagen Dave Du Ja Ich mag dich nicht Weißt du ich bin ganz ehrlich Ich mag dich nicht Da ich wahrscheinlich jetzt sowieso drauf gehen werde Kann ich das öffentlich sagen Ich mag dich nicht Du Warum musst du recht haben mit deiner blöden Wahrsagerei hier Okay Also Leonhard Hitz Du hast bisher jetzt erstmal das Kommando Okay Ich werde da jetzt reinspringen In dieses riesige Portal Ist es Ist es deaktiviert Oh nein Sag bitte nicht Dass es jetzt deaktiviert ist Wir müssen den Kuchentypen Und Günther Und alle die dort drin sind Retten Und die Alien Königin Endlich besiegen Leute Okay Ich gehe jetzt rein Und hoffe Dass ich dabei nicht drauf gehen werde Es war schön Euch kennenzulernen Oh mein Gott Nichts Untertitelung des ZDF, 2020